Hallo Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir Ihr seht, was ich gerade mache, also wo ich gerade bin und was wir gleich machen werden Ich befinde mich hier gerade in meinem Hotelzimmer, hier sieht es sehr sehr unordentlich aus Und das ist Tokio und ich werde mich heute zum ersten Mal mit euch da reinstürzen, Digga Plan sieht wie folgt aus, oh Gott, ich bin so gehypt, Freunde, wirklich, wir müssen es genießen Ich will das hier, alle Videos von Tokio einfach nur enjoyt Holt euch jetzt nochmal ein Kaltgetränk, ein Erfrischungsgetränk, was zum Snacken Lehnt euch zurück, muckelt euch in eine Decke ein und enjoyt das heutige Video Plan sieht wie folgt aus, ich werde jetzt hier in Tokio ein Motorrad abholen Ich habe mich, bevor ich hierher geflogen bin, schon connected mit einem Japaner, der hier halt lebt und der Motorrad fährt Und der war einfach so nett, dass er gesagt hat, Bruder, nimm mein Bike für ein paar Tage, fahr rum, mach Videos Also wirklich ein Big Shoutout jetzt schon mal an der Stelle Das werden wir jetzt machen, Freunde, ich muss mich hier gleich nur noch umziehen Und dann fahren wir auch schon mit dem Taxi los zum Motorrad und ich werde zum ersten Mal hier in Tokio fahren Digga, wie krank ist es, ich kann bis jetzt wirklich nicht glauben, dass ich wirklich hier in Tokio bin Guckt euch das mal an, das ist doch komplett geisteskrank Scheiße, wenn der das nicht hinkriegt, Digga, wie soll ich denn das hinkriegen Ganz kurz zur Erklärung, Freunde, das ist das Torrad, mit dem ich gleich fahren werde Und das ist einfach hier so ein Klamottenstore Und der Besitzer, also das ist jetzt nicht er, er ist glaube ich ein Angestellter, der hier arbeitet Aber der Besitzer von dem Klamottenstore, der lebt mir jetzt das Bike aus Der Store heißt Magic Stick, also Shoutout an Magic Stick, falls ihr mal irgendwie Tokio seid Sieht sehr, sehr nice aus Okay, ich schiebe die jetzt hier erstmal raus So, ganz vorsichtig, Alter Will ich hier nichts kaputt machen von dem Bruder? Okay, das ist nicht so gut, dass sie nicht anspringt, Digga, weil ich sehe mich schon irgendwo stehen Okay, ich habe jetzt gerade meine Kamera ausgemacht, jetzt ist sie angesprungen It's working, right? Okay, thank you Thanks Okay, gut Boah, das war ein bisschen unangenehm Ich fahre jetzt einfach mal los Oh, fuck Scheiße Die ist abgestorben, okay, warte Okay, die ist an Ich muss auf jeden Fall mal Gas geben Digga, was ein netter Typ Ich sitze hier gerade auf einem Motorrad drauf in Tokio Und ich merke gerade, Scheiße, hier ist Linksverkehr Das habe ich irgendwie gerade komplett verdrängt im Taxi Das heißt, ich darf auf gar keinen Fall nach rechts fahren Ich werde jetzt einmal kurz ein Stückchen fahren Mir eine schöne Stelle raussuchen Und dann gucken wir uns erstmal ganz in Ruhe das Motorrad an Weil wenn das Motorrad steht, kann ich mich nicht umbringen im Straßenverkehr Alter, hört sich das geil an Ich dachte auch, dass es komplett ein anderes Motorrad ist Weil der hat mir irgendwie geschrieben Kawasaki 250 Ich dachte, dass es so eine 125er ist So ein Anfängermotorrad Aber das ist ja so ein Oldschool-Caffeeracer, Digga Okay, wir fahren jetzt hier nach links Oh, Scheiße, sie ist glaube ich ausgegangen gerade Ja, sie ist ausgegangen Okay, sie ist wieder an Oh Gott, oh Gott, oh Gott Egal, das kriegen wir schon hin Ich gewöhne mich alles Motorrad Früher oder später Alter, guckt euch mal an, wie geil das hier aussieht Wir bleiben jetzt hier gleich mal irgendwo stehen Okay Scheiße, sie ist schon wieder ausgegangen Das kann nicht sein Das wird lustig die nächsten Tage Ich muss sie auf jeden Fall immer irgendwie auf Drehzahl halten Au, ich bin glaube ich in die Einbahnstraße reingefahren Egal, wir fahren hier mal links Junge, das Ding ist unnormal laut Wir machen auch auf jeden Fall gleich Soundcheck Oh Gott, schon wieder ausgegangen Also ich darf nicht komplett vom Gas gehen Sonst geht sie einfach wirklich aus Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen Okay, sie ist schon wieder aus Wir bleiben jetzt... Oh Gott, Alter Okay, go Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier rechts vor links ist Ich fahre mal Ach komm, scheiß drauf Ich rolle hier einfach mal hier vor Und ich zeige euch dann das Motorrad Mit dem ich hier die nächsten Tage rumfahren werde Wir stellen sie hin Ich mache die Zündung aus Okay Also Freunde Hier sind wir in Tokio Wir sind gerade ein bisschen außerhalb von Tokio Hier sind jetzt nicht wirklich so riesige Hochhäuser Das ist eher so ein bisschen Ja, wie so Wohnviertel ist es Ein bisschen ländlicher Und halt nicht so großstadtmäßig Und das ist unser Bike für Tokio Also ich weiß nicht mal, was für ein Motorrad ist Es ist auf jeden Fall eine Kawasaki Die steht drauf Er meint irgendwas von 250 oder so Kann es sein? Für die Oldschool-Motorrad-Experten Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare Was es immer für ein Motorrad hier ist Ich weiß es nicht Ja, Optik vom Bike sieht wirklich cool aus, Digga Es passt auch einfach komplett hier nach Japan rein Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Serie ist so Oder ob da irgendwas verändert wurde Wahrscheinlich wurde da safe was verändert, oder? Ich kenne mich halt mit so... Coffee-Racern ist das, glaube ich Kenne ich mich gar nicht aus Das Licht ist auf jeden Fall neu Ja, ja, die ist safe irgendwie restauriert Oder neu aufgebaut, oder so Die Spiegel sind auf jeden Fall auch nicht Serie Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Leistung das Ding hat Kilometer hat es 4100, kann es sein? Okay, vielleicht ein neuer Motor oder so Ich weiß es nicht So sehen die Kennzeichen aus in Tokio Fühle ich aber sehr Grünes Kennzeichen, sieht sehr, sehr cool aus Was ich aber sagen muss Es sieht hier einfach alles unfassbar cool aus Guckt euch alleine mal die Hecke an Vergleicht mal eine deutsche Hecke mit der Hecke Guckt euch mal den Eingang hier an Guckt euch mal die Gullideckel an Sogar die Gullideckel sehen einfach cool hier aus Kurz ein Foto machen von Gullideckel Alter, das ist wirklich ein wunderschöner Gullideckel Ich würde sehr, sehr gern einen Soundcheck machen mit dem Ding Aber ich bin hier gerade in so einer Wohnlandschaft Das ist, glaube ich, ein bisschen asozial Jetzt hier einen Soundcheck zu machen Ich bin auch wirklich über, über, über vorsichtig Mit den Japanern Weil die einfach alle so unnormal nett sind Also wirklich Ich war noch nie in einem Land Wo die Leute so höflich, respektvoll und nett zu einem sind Das ist wirklich, also das ist ganz, ganz crazy So die verbeugen sich auch immer vor dir Wenn du irgendwie, wenn ich zum Beispiel beim Hotel rausgehe und sage, ich will ein Taxi Dann wartet sie, bis das Taxi da ist Und verbeugt sich dann so lang, bis ich weggefahren bin Das ist komplett, also ist mir schon fast unangenehm Weil ich mir so denke, Bruder, du musst dich doch nicht vor mir verbeugen Aber ja, das sind halt einfach komplett andere Verhaltensregeln Oder eine andere Verhaltenskultur Okay, ich nahe aber schon wieder viel zu viel rum Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal Die ersten Meter und erkunden ein bisschen, was es hier so gibt Also ich war hier noch nie, ich habe keine Ahnung, wo ich bin Ich mache mich ein bisschen vertraut im Motorrad Und wir schauen uns einfach mal an, was hier so abgeht in Tokio Okay, wir fahren los mit unserem neuen Motorrad in Tokio Ich muss auch ehrlich sagen Bitte drückt mir jetzt alle die Daumen Macht alle so, dass ich hier keinen Unfall bauen werde Ich habe wirklich Angst Es ist Tokio Der Verkehr hier ist wahrscheinlich nicht ganz so normal Also es ist auf jeden Fall sehr viel los auf den Straßen Guck mal, auch den Automaten Allein dieser Kohleautomat sieht cool aus Und es ist Linksverkehr Ich wollte gerade schon wieder hier rechts reinfahren Das wäre schon wieder ein Geisterfahrer gewesen Alter, ich muss so cool aussehen von draußen Oh, ich bin schon wieder rechts gefahren Ich bin voll Idiot Oh mein Gott Ey, ich muss mich konzentrieren Eigentlich darf ich gar nicht hier großartig rumlabern Ich muss mich hier wirklich konzentrieren Es macht es mir halt auch nicht leichter Dass das Ding gefühlt alle 10 Sekunden fast abstirbt Also ich muss mich hier aufs Bike konzentrieren Ich muss labern mit euch Und ich muss mich irgendwie auf den Verkehr auch konzentrieren Schau, ich weiß auch gerade nicht, wie schnell hier erlaubt ist Ich weiß auch gerade nicht, wie schnell ich fahre Hat der überall... Ah doch, hier, hier sehe ich, wie schnell ich fahre Okay, ich fahre 40 kmh Okay, es entwickelt sich auf jeden Fall in eine gute Richtung Ey, hier auch dieser Laden Wie crazy das einfach aussieht Ey, Freunde, ich kann euch wirklich eins sagen Das ist hier heute mein zweiter Tag Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen Tokio ist bis jetzt für mich das verrückteste Land, in dem ich jemals war Also was für eine Reizüberblutung ich hier hatte Als ich angekommen bin mit dem Taxi und zum Hotel gefahren bin Und das alles das allererste Mal hier gesehen habe Das war wirklich geisteskrank Das hatte ich so in meinem Leben noch nicht Und ich war auch schon wirklich in... Ja, ich war schon in relativ vielen... Oh Gott, sie ist ausgestorben Ich war schon in relativ vielen Ländern unterwegs jetzt eigentlich Aber das ist wirklich ganz, ganz crazy Also es ist einfach eine komplett andere Welt Hier sieht alles anders aus Die Menschen... Klar, also die Menschen sehen auch anders aus Die Gebäude sehen anders aus Die Restaurants sehen anders aus Die Verhaltensregeln Also wie die sich verhalten Wie die reden Was die zu dir sagen Was die machen Ist komplett anders Die Autos sehen anders aus Es ist nichts wie in Deutschland Oder in irgendwelchen europäischen Ländern Und es ist halt irgendwie genau so Wie man sich's vorstellt Also Tokio ist für mich einfach eins zu eins so Wie es in den Filmen ist Oder wie ich es mir halt immer vorgestellt habe Aber wirklich alles Diese ganzen kleinen Restaurants Die Bäume, die Gebäude Das ist einfach alles so Wie ich es mir vorgestellt habe Und das Geile ist halt einfach Hier erinnert mich alles an Naruto Also ich bin jetzt nicht der krasseste Anime-Fan Aber trotzdem habe ich ja irgendwie Bezug Zu diesem ganzen Anime-Zeug Und ich muss wirklich sagen Hier gibt es ja auch alles so Anime-Vibes Allein diese ganzen Automaten Wo man sich Getränke kaufen kann Was es hier auch noch gibt in Tokio Ist so ein Manga-Viertel Also so ein Anime-Manga-Hentai-Viertel Wo ich auch auf jeden Fall Mit euch hinfahren werde Und auf eins könnt ihr euch verlassen, Freunde Ich habe hier so viel Content geplant Bruder, ich habe mir so eine Notiz gemacht Darf ich fahren? Ich glaube, ich darf fahren, oder? Ne Oh Gott, ich fahre mal einfach Ach du Scheiße Äh, okay, wir haben jetzt hier Gegenverkehr Ich stehe jetzt irgendwie auf der Kreuzung Ich fahre da jetzt rein, oder? Darf ich da reinfahren? Okay, komm, wir fahren mal hier rein Und ich mache Ja, komm, hier kann ich schnell einen Soundcheck machen, oder? Okay, Freunde, ich halte jetzt meinen Maul Wir machen jetzt einen Soundcheck zum allerersten Mal Die wird sehr, sehr laut sein Ich mache mal ein bisschen Lärm Oh, die hat doch so Fehlzündung so geile, Digga Ja, wie geil hört die sich an, Digga Die hört sich so richtig oldschool-mäßig an Okay, ich fahre mal lieber weiter Nicht, dass ich noch Ärger bekomme von irgendjemand Alter Also Sound von dem Motorrad ist wirklich eine 10 von 10 Ich muss euch ganz ehrlich sagen Die sieht sehr, sehr ungemütlich von draußen aus Und beim Fahren ist sie genauso, wie sie aussieht Also die ist wirklich sehr, sehr ungemütlich Das ist auch eher so ein Angeberbike, würde ich sagen Also es ist einfach so ein Bike, wo du halt einfach Ja, du willst cool aussehen, wenn du irgendwie zum Kaffee fahren fährst Dafür ist es wahrscheinlich geiles Motorrad Aber zum länger fahren oder zum Spaß haben so Vom Fahren an sich macht es nicht wirklich Sinn Alter, was ist denn das für ein Motorrad? Hä, das sieht aus wie so ein elektrischer Rollstuhl irgendwie, Digga Was ich unbedingt machen muss Tanken, die hat bestimmt keine Tankanzeige Oh, ich sehe mich schon die nächsten Tage safe irgendwo stehen ohne Tank Was hat er denn da? Ah, das ist so eine 360 Grad Kamera Okay, gute Nachrichten Ich habe eine Tankstelle gefunden Das ist sehr, sehr gut So, bis jetzt lebe ich auch noch Das ist wirklich, also es läuft besser, als ich erwartet habe So, das erste Mal tanken in Japan Ja, hier gibt es nur japanische Zeichen Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein Ich würde jetzt einfach mal Ah, hier steht Diesel, okay Ja gut, dann tanke ich jetzt halt einfach mal, oder? Regular, 160 Yen Was sind 160 Yen? Ja gut, wen frage ich ja eigentlich gerade Ich glaube, das ist wie in Deutschland ungefähr So, ich schaue mal, ob ich den Tankdeckel aufbekomme Das sieht nicht gut aus Ah, okay, nice, ich habe es geschafft Ja, aber das läuft echt besser, als ich erwartet habe Regular Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier, hier kommt auch nichts raus Scheiße Okay, ich glaube, ich muss erst zahlen Warte mal, da ist doch Tank drin Die Safety ist voll Wie komme ich auf die Idee, dass ich tanken muss? Habe ich jetzt getankt? Muss ich jetzt was zahlen? Okay, nee, ich habe jetzt nichts getankt Da kam ja nichts raus Ich darf weiterfahren, hoffe ich Okay, ich bin jetzt ein bisschen weiter in die Stadt reingefahren Guckt euch mal bitte an, wie viele Leute hier sind Ah, ich glaube, die warten hier auf den Bus Guckt mal, die stehen hier alle in der Reihe Das hat mir mal jemand erzählt, dass die Leute hier in der Stadt Alle sich so in Zweierreihen aufstellen und so auf den Bus warten Das kennt man gar nicht aus Deutschland Also ich bin jetzt hier auf jeden Fall in der City Und das Krasse ist, ich weiß schon wieder nicht, wo ich hingucken soll Am besten halt da, wo ich hinfahre Aber guckt euch mal an, wie viele Läden hier sind Das ist absolut crazy hier in Ferrari Oh, freut euch auf eins JDM in Tokio Ich habe hier schon ein paar Autos gesehen Jetzt natürlich, wenn ich hier am Film bin Leider noch nicht Aber das werdet ihr früher oder später 100.000% sehen Nissan Skyline Supra Irgendwelche alten japanischen Autos Also so ein Content wird zu 1000% kommen Da freue ich mich auch wirklich schon sehr, sehr drauf Alter, guckt euch mal an, wie fett die Gebäude hier sind Junge Ah, ich glaube sogar, das ist diese Riesenkreuzung hier Ah ja, doch, doch, doch Das ist hier Shibuya Crossing oder so Das ist die Kreuzung, die ihr aus den ganzen Filmen kennt Wo die Leute über die Straße alle gleichzeitig laufen Warte mal, ich bleibe hier irgendwo kurz stehen So, ich steige hier einmal ganz kurz ab Wir warten jetzt einfach mal, bis die Ampel grün wird, oder? Ja, aber ich kann gerade gar nicht glauben, dass ich jetzt ein Motorrad habe Und einfach mobil bin in Tokio Ah nein, die ist da hinten, die Kreuzung Seht ihr es? Komm, da fahren wir jetzt einfach kurz hin Okay, und hier ist jetzt diese berühmte Kreuzung Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es hier sein muss Ich stelle die einfach hier kurz ab, oder? Okay, und wir warten jetzt einfach, bis die Ampel hier Also die Fußgängerampel grün wird Und dann gucken wir uns zusammen an Nee, warte, ich gehe einfach mit den Leuten mit Dann seht ihr das ja noch besser Ich mische mich hier unter das Volk Okay, es geht los Die Leute gehen jetzt alle über die Straße Ich gehe einfach mal mit, Junge Guck euch das mal an, wie viel hier los ist Bruder Das ist wirklich komplett geisteskrank Jetzt habt ihr es miterlebt Ich bin einmal rübergegangen Ich gehe wieder in die andere Richtung Alter, wie viele Leute hier sind Okay, Freunde Ich hoffe, der erste Vlog aus Tokio Hat euch irgendwie gefallen Das war wirklich ein Durcheinander Das war auch wirklich stressig für mich Weil ich mich halt einfach erstmal an das Bike gewöhnen muss Und ich sage euch zum Ende nochmal eins Freut euch auf die nächsten Videos Die ich hier für euch in Tokio mache Und jetzt, Freunde Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend Grüße aus Tokio nach Deutschland zu euch Wir sehen uns beim nächsten Video wieder Heide Akamann Und Tschüssi Wir sehen uns beim nächsten Mal